Hallo zusammen, einige haben vielleicht schon ein paar Videos von mir gesehen, da ging es einmal um StorePile, dann ging es mal um MultiRoom und und und. Ja, jetzt haben sich manche dann doch dafür interessiert, wie der Zusammenhang ist. Es gibt zwar schon genug HomeLab Videos, aber jeder macht es halt ein bisschen anders, deswegen mache ich dazu jetzt auch mal eine kleine Videoreihe. Und in diesem Video geht es jetzt grundsätzlich darum, was benutze ich zu Hause, was würde ich empfehlen, wobei ich möchte jetzt euch nicht zwingend irgendeine Hardware grundsätzlich empfehlen. Mir geht es jetzt eher um was anderes und zwar vielleicht nicht zwingend immer alles neu kaufen zu müssen, weil wir eh schon eine Wegwerfgesellschaft sind und ich sage mal, den Geldbeutel schont es am Ende auch. Und glaub mir, ich habe auch darauf geschaut, dass das Zeug dann am Ende, auch im Nachgang dann vom Stromverbrauch her noch akzeptabel ist. Vorweg, ich hatte früher einen Raspberry Pi 3 im Einsatz und für den Anfang, da hatte ich Film als Hausautomation, da war das alles okay. Später wurde es natürlich deutlich mehr und da hat das Pi einfach nicht mehr ausgereicht. Da kam ein Pi-Hole dazu, da war der Wunsch danach, dass ich noch eine Firewall gerne hätte. Dann habe ich anstatt mit Extendern für WLAN bei den AVM-Geräten, habe ich dann mit Ubiquiti angefangen. Da brauche ich natürlich auch eine VM für einen Controller etc. Deswegen habe ich gesagt, okay, alleine dadurch, dass das Raspberry ziemlich viele SD-Karten gefressen hat und irgendwann ist natürlich auch das Ding mal am Leistungslimit. Dann habe ich gesagt, okay, ich möchte mir halt einen Server zu Hause hinstellen und habe mir da auch ein paar Geräte einfach mal angeschaut. Die habe ich auch noch alle, habe ich auch alle mal stromtechnisch gemessen und deswegen fangen wir mal kurz damit an, was ich nicht mehr im Betrieb habe, was trotzdem noch nutzbar wäre. Ich habe hier einen Fujitsu Siemens, ist prima, nur Q9000. Grundsätzlich, ihr braucht ja eigentlich nur irgendwie eine Verbindung in euer Netz, also einen Ladenanschluss und Strom. Mehr braucht das Ding am Ende ja gar nicht mehr, weil es verschwindet im Keller oder sonst wo. Was für ein Gerät hatte ich noch oder habe ich noch? Ich habe jetzt, okay, dadurch, dass ich auch ein kleines Nebengewerbe habe, habe ich noch einen Dell T30 Server, wo ich mehr RAM haben konnte. Die Dinge unterstützen leider nur 16 GB RAM, aber ich sage mal, für den Heimgebrauch ist das vollkommen ausreichend. Und für ein Produktivsystem habe ich mich für einen etwas leistungsschwächeren, also das Ding hat ein i5 drin, das andere hat ein i3 drin, für einen leistungsschwächeren ist Primo Q520 entschieden. Warum habe ich das Ganze gemacht? Wie ich ja schon auch erwähnte, es muss nicht zwingend für mich immer neu sein. Also ich kaufe auch wirklich sehr viel gebrauchte Sachen. Sie funktionieren trotzdem. Und ich zahle halt aber auch nur einen Teil von dem Preis, was das Ganze am Ende kosten würde. Ich werde auch kurz mit euch da mal durchgehen, was es gerade so am Markt gibt. Dann werdet ihr sehen, dass ihr die Gerätschaften schon relativ kostengünstig bekommt und vielleicht um die Hälfte nur bezahlen müsst. So, auch was den Verbrauch betrifft. Natürlich, ein Raspberry Pi ist und bleibt immer noch vom Stromverbrauch günstiger. Nur muss man sich halt überlegen, was brauche ich alles an 4Ms und kann das Pi das überhaupt? Müsste ich mir dafür dann vielleicht mehrere PIs an den Start bringen? Und zusammengerechnet werden die auch irgendwo ein bisschen Strom schlocken. Also ich kann euch sagen, einfach mal so ein paar Zahlenwerte. Dieses, dieser Q9000, der hat ungefähr, ich lasse mich lügen, ich meine es wären 23 Watt gewesen, die er so im, ja, mehr oder weniger im Idle gebraucht hat. Grundsätzlich eure VMs, wenn die nichts groß machen. Also bei mir, nochmal zur Wiederholung, ich habe eine Firewall drauf, ich habe Pi-Hole drauf, ich habe meinen Home Assistant drauf, also als Hausautomation. Ich habe eine Nextcloud drauf. Ich habe auch Centrion als, ja, sag ich mal so eine Art, also könnt ihr euch ein Nagius ist da drunter sozusagen vorstellen, am Start. Ich habe Grafana da drauf und das Ding schluckt im Idle wirklich nur 23 Watt. Okay, im Grunde genommen war mir es am Ende doch ein bisschen viel. Habe ich geschaut, was geht günstiger. Der T30, so, dann habe ich den gemessen. Der wurde nämlich auch oft für den Heimgebrauch empfohlen. Der schluckt ungefähr 20 Watt. Ist etwas weniger. Man muss aber fair bleiben bei der ganzen Geschichte. Der T30, der hat zwei Festplatten drin, also mit Motoren, die auch rotieren. Und er hat eine SSD. Dieser Q9000 hat nur eine SSD. Bei dem T30 könnt ihr unter Umständen, je nachdem wo ihr den natürlich platziert, vielleicht auch den Gehäuselüfter abstecken und darauf verzichten. Weil das wird euch auch nochmal so ein paar Watt sparen. Nur das als Info. Also da ist noch Platz nach unten. Warum habe ich mich jetzt aber für den Q520 entschieden? Ganz einfach, weil es der Stromsparenz am Ende war. Also ich habe da das DVD-Laufwerk ausgebaut. Habe alternativ sogar eine zweite SSD drin. Also da ist eine Systemplatte mit 250 GB und einmal ein Terabyte für die ganzen VMs, die ich am Ende da drauflaufen habe. Okay, ist ein bisschen viel, aber lieber man hat, als man hätte. Und das Ding schluckt am Ende. 13, schieß mich tot. Natürlich habe ich das Ganze gemessen mit einem günstigen Messgerät. Auch da, ich bin halt ein Sparfuchs. Ganz ehrlich, um einfach mal zu Hause zu messen, was ich so habe, dann reicht es auch so ein paar Euro Messgerät. Wer es genauer haben möchte, der kann gerne mal zu 50, 100 oder mehr Euro greifen. Ich glaube auch nicht, dass sich das am Ende des Tages rechnet. Aber wie immer, das ist jedem selbst überlassen. Wie gesagt, die ganze Videoreihe baut dann darauf auf, dass wir als nächstes dann Proxmox als Virtualisierungsumgebung installieren. Und klar, gefolgt dann von Videoreihe zu PFSense, wie es installiert, wie es grundkonfiguriert. Weil da kommen auch Kleinigkeiten dazu, wie zum Beispiel, ihr habt zu Hause bestimmt irgendwo eine Xbox rumstehen. Ich kann euch sagen, out of the box werdet ihr damit ein Thema haben. Dann werde ich ein bisschen vielleicht auf Ubiquiti eingehen, auf VLANs vielleicht, wenn ihr das möchtet. Ich habe es halt ein paar Netze gebaut, damit ich es einfach auch ein bisschen abgeschottet habe. Manche Bereiche, die müssen einfach nicht untereinander kommunizieren können, meine Meinung. Ist auch echt easy zu realisieren. Ihr braucht halt dazu auch VLAN-fähige Switche, also managbare Switche. Die müssen auch nicht mehr teuer sein. Ich habe jetzt billige Netgear-Switche. Ich habe zwar auch, weil ich in dem Bereich halt auch arbeite, habe ich auch Enterprise-Produkte von HP. Ich habe auch von Aruba ein paar Switche hier rumstehen. Aber ganz ehrlich, die schlucken über 100 Watt und das sehe ich für mich einfach nicht. Das brauche ich nicht. Wie gesagt, wenn ihr interessiert seid an dieser Videoreihe, dann bleibt dran. Wir werden jetzt noch kurz den Schwenk machen zum Abschluss, was für Geräte es am Markt gibt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Gut, wie versprochen, ich habe es schon mal rausgesucht. Halten wir es kurz an der Stelle. Wie gesagt, die Geräte, die ich jetzt euch zeige, das sind natürlich nur die Geräte, die ich aktuell habe und von denen ich maximal berichten kann. Ich habe noch nie einen Nook besessen. Ich weiß nur, was sie kosten und habe mich dagegen damals deswegen entschieden. Hier zum Beispiel, leider Gottes gibt es nur den S-Primo Q9000. Ist aber für einen Huni zu haben. Gut, hat etwas wenig RAM. Müsste man nachkaufen. Und er hat leider in dem Fall auch nur eine HD, also sprich eine Festplatte drin, keine SSD. Ist dann natürlich auch etwas langsamer. Dann würde ich sagen, suchen wir noch den anderen, den ich produktiv im Einsatz habe. Den Q520, okay, manche bieten den anscheinend als gewisses Setup an. Da müsst ihr halt entscheiden, was ihr später am Ende drin haben wollt. Ich, wie schon erwähnt, habe ein i3 drin. Ich sehe hier auch, gibt es ein i5. Ja, also grundsätzlich, wenn ihr von einem Pi auf einem Mini-PC umsteigen wollt, ist das natürlich schon mal ein mega Fortschritt, wenn ihr alleine schon ein i3 habt. Wenn ihr unbedingt ein i5 wollt, klar, dann macht der natürlich Sinn, wenn ihr sagt, ihr habt die Anwendungsgebiete dafür. Aber der ist natürlich auch wesentlich teurer vom Unterhalt. Das nur so viel dazu. Wie gesagt, bei mir war der günstigste in dem Falle dann der i3 mit zwei SSDs mit knapp 13 Watt. Und das finde ich enorm geil. Also wenn man davon ausgeht, das Pi ungefähr, also soweit ich das jetzt herausgehört habe, ein 4er Pi, da sind wir ungefähr mit 3 bis 5 Watt dabei. Und jetzt reicht ein Pi vielleicht nicht mal aus. Also würdet ihr vielleicht ein zweites holen, weil ihr ja vielleicht mehrere Sachen da drauf habt. Aber nur nochmal zur Ergänzung, Firewall, Home Assistant, Pi-Hole etc. 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 Und da wage ich jetzt stark zu bezweifeln, dass das dafür ausreicht. Vor allen Dingen läuft die Firewall meines Wissens immer noch nicht auf einem Pi. Daher werdet ihr eh gezwungen sein, euch so einem Gerät zu bedienen. Ich habe jetzt auch schon mal geschaut, nach dem Dell T30 gibt es leider in Deutschland. Aktuell anscheinend keine im Angebot, zumindest nicht bei Ebay. Ihr seht es hier, obwohl ich T30 drin habe, wird ein T20 rausgegeben. Ist nicht ganz richtig, vor allen Dingen sind die im Ausland. Aber auch dazu, wir können auch mal nach dem T20 gucken. Die einzige Unterscheidung, wie ich das damals verstanden habe, war der RAM. Also sprich, ihr habt entweder beim T20 DDR3 drin oder beim T30 habt ihr DDR4 drin, wenn die Aussage im Forum stimmt. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, das ist eigentlich schon ein guter Preis aus meiner Sicht. Ihr habt hier 32 GB RAM drin, eine dreimal eine 1 TB Platte und nochmal eine 250er Platte. Ist halt die Frage, ob das vielleicht sogar eine SSD ist und das für 250 Euro. Finde ich genial. Ob ihr jetzt die 450 bekommt, weiß ich nicht. Lasse ich jetzt mal so stehen. Aber wie ihr seht, da sind schon Preisspannen dabei, die bezahlbar sind. Man muss sich halt auch vor Augen halten, dass es halt eine offizielle Server-Hardware, der Mini-PC halt nicht. Aber wenn ich jetzt an Hetzner denke, die haben angefangen mit Desktop-Hardwaren, setzen sie heute noch ein. Also ich sehe nichts Negatives daran und mein Gerät läuft jetzt wirklich im 24-7-Betrieb und ich habe nicht ein Problem bis jetzt damit gehabt. Und selbst wenn, das Ding kostet jetzt plus minus, lassen wir es mal 100 bis 200 Euro kosten. Das sind immer noch keine 500 bis 800, was manche Mini-PCs kosten. Dann werfe ich das in zwei, drei Jahren weg und kaufe mir einen neuen, also einen Neugebrauchten sozusagen. Und bin immer noch günstiger am Ende dran, wie wenn ich mir jetzt einmal ein neues hole. Das ist so viel dazu. Was ich noch rausgesucht habe, die RAM-Geschichte. Natürlich auch hier könnt ihr das natürlich Gebrauch kaufen, aber damit ihr mal so einen Vergleichswerte habt. Also ich habe nichts mit Computer-Ram am Hut, außer dass ich die Aufgliederung hier sehr gut finde. Wenn ihr jetzt natürlich nicht wisst, was für die RAM hier drin habt, könnt ihr hierher gehen. Für die zu Siemens-Geräte hatte ich euch gezeigt. Bleiben wir auch dabei. Desktop-Workstation, S-Primo und die Q-Serie. Wie gesagt, ich habe ja den Q520 und dann seht ihr hier im teuersten Fall, wenn ihr den RAM komplett kaufen müsstet. Also mal angenommen, ihr hättet acht drin. Es wären aber zwei Vierer-Module. Ihr habt nur zwei Slots frei. Müsstet ihr beide rausschmeißen und das komplette Kit einbauen. Dann seid ihr 100 der Mini-PC, 100 der RAM, dann seid ihr ungefähr bei 200 Euro dabei. Okay, aber das ist wie gesagt auch wiederum ein Neupreis. Vielleicht bekommt ihr die auch gebraucht etwas günstiger. Und wenn ihr nur acht braucht, weil ein Modul drin ist mit acht, dann sind wir bei ungefähr plus minus 150, 160 Euro. Und das finde ich sehr angenehm. Ihr müsst natürlich für euch entscheiden, was ist euch wichtig, weil grundsätzlich ein Mini-PC, den habt ihr mal eben schnell irgendwo verstaut. Und ein Tower-Rechner, den halt eben nicht zwingen. Wenn ihr das Ganze im Keller aber verbaut, dann könnt ihr beim Tower-Rechner vielleicht auch auf Gehäuselüfter etc. verzichten und das Ganze etwas günstiger machen. Wenn jemand vielleicht auch ein Unraid, also sprich eine Nasslösung sich bauen möchte, dann wird er auch auf Platten zurückgreifen müssen, beziehungsweise mehrere Platten und dann werdet ihr um ein Tower-Gehäuse auch nicht drum herum kommen. Ihr könnt natürlich auch irgendeinen alten, ausgedienten PC dazu benutzen. Aber da würde ich euch halt empfehlen, messt ihn doch vorher mal durch, was er so braucht, weil ihr werdet das Ding natürlich dann 24-7 laufen haben. Gut, dann sind wir eigentlich jetzt an der Stelle durch. Wie gesagt, das sind nur so meine Anregungen dazu, vielleicht doch mal nach einem Gebrauchgerät zu schauen. Das muss ja nicht zwingend jetzt Fujitsu, Siemens, Dell oder sonst was sein. Es gibt ja auch genug andere Hersteller. Aber vielleicht ist das auch eine Anregung dazu, etwas Geld zu sparen und trotzdem gute Sachen zu bekommen. Im nächsten Video, wie gesagt, geht es dann um die, gehen wir weiter zur Installation von Proxmox, das ist also der Basis für die nächsten VMs, die wir dann installieren können. Da gehen wir dann darauf ein, wie ihr das installiert, die Grundkonfiguration macht, wie ihr vielleicht schon die ersten Backups einrichten könnt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.